Warte, ich will was vorspielen. Ja, ich habe gerade CD an, also eine Kassette von Mandon Radio. Vielleicht, also ziehe ich hier das an. Hier sind da Knöpfe, da kann ich hier das gut anziehen. Dann sehen wir später wieder. Hier ist Lotta. Nur so, einfach nur so. Ja, ich habe die Windel der Tamara abgemacht, weil die ist ja voll nass und die mache ich bei mir im Zimmer trocknen. Die Hose auch, die ist nass geworden. So, die kommt an meine Heizung und ja, so sieht das aus, wie so eine Wäscheleine, aber auf meine Heizung so. Süß sieht das aus, finde ich. Als ob ich so eine kleine Familie... Ach, sieht das mal süß aus. Da zwei Kissen, hier so ein Kuscheltier und Socken. Ah, ein Stempel. Ach, da ist die Hose, die ich suche. Ah, und da das Schweinchen. Das ist hier so eine Wickeltasche, das hat meine Freundin so schön gepackt, ne? Ja. Ah, da ist noch die andere Hose. Plus Tier. Ja, hier ist noch ein Plus Tier, zwei Plus Tiere. Einmal ein Tissen. Oh, das ist voll süß, ne? Einmal ein Tissen und einmal eine Hose. Die Hose will ich nämlich der Tamara anziehen. Sie trägt ja so Babysachen, also will ich, dass sie Babysachen trägt. Nisti.